Ich will es all, ich will es all, ich will es all, ich will es all, I want it all, I want it all. Öl TV Ja, willkommen zu unserer Top Ten Show. Heute haben wir das Thema Neuheiten. Sie haben den neuen Katalog hier vielleicht auch schon seit ein paar Wochen bei sich zu Hause. Und wir wollen mal sehen, welche von den neuen Produkten, die hier alle drin sind, sich jetzt in der Top Ten schon platzieren konnten und auf welchem Platz sie sind, wie beliebt die Produkte sind und wie toll. Und ich würde sagen, wir legen sofort los hier mit Platz Nummer 10 für Sie. Ja, Platz 10 ist sogar tatsächlich eine TV-Premiere, habe ich so noch nicht gesehen. Das ist alles Utensil, das ist auch Utensil hier. Diese Kiste brauche ich eigentlich alles, um Ihnen zu zeigen, um was es geht. Um dieses kleine Gerät hier drin, nämlich um einen digitalen Winkelmesser geht es jetzt. Und den habe ich also heute auch das erste Mal bei uns im Programm gesehen, so neu ist der. Und ich glaube, jeder kennt so diese Krux, wenn man vielleicht beispielsweise mal ein Bild aufhängt, ist dieses Bild auch gerade oder ist es leicht schräg? Da kann man sagen, nimm so eine Wasserwaage. Ja, würde auch funktionieren, wenn Sie gerade eine zu Hause haben. Manchmal gar nicht so einfach. Was ist denn eigentlich jetzt hier mit dem Gefälle meiner Einfahrt oder mit dem Gefälle beispielsweise auch mal bei meiner Regenrinne? Kann das Wasser vernünftig ablaufen, ja oder nein? Wie ist das auf der Auffahrt? Wie ist die Wand gestaltet? Ist das wirklich ein rechter Winkel oder sind das vielleicht 88 Grad oder 92 Grad? Wenn ich tapezieren möchte, ist das ungemein wichtig. Dieses kleine Gerät hier sagt Ihnen das ganz genau. Und damit ich jetzt hier mal ein Beispiel aus der Praxis habe, damit Sie es mal greifen können, was damit gemeint ist, habe ich mir jetzt hier mal so eine Unterkonstruktion für eins unserer Solarpanel genommen. Da gibt es ja immer die verschiedensten Ansagen, wie man so etwas machen sollte. Und das ist mal ganz interessant, denn wenn Sie jetzt hier einen bestimmten Winkel erreichen wollen, könnte ich persönlich nur raten. Was würdet ihr sagen, welcher Winkel ist das hier? Wie viel ist das? Ich glaube, da ist kein 90-Grad-Winkel dabei. Nein, ich habe gar keinen Fall. Ich müsste mein Geo-3... 60 oder so? Also der Winkel hier, was glaubst du, wie viel ist das? 45, 60, 20... Also dieser Winkel hier schätze ich mal so auf 30 Grad. Sag ich dir. Ich glaube, du bist nah dran. Pass auf. Jetzt nimmst du dieses Gerät und stellst es ganz einfach drauf. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken. Wahnsinn. Moment. Auf oben gucken, denn das Ergebnis kann ich mir entsprechend hier entweder mühselig anschauen, oder aber ich drücke auf Hold. Zack. Und gucke mir das Ganze an. Das sind genau 30,87 Grad. Alter Falter, ne? Sehr gut. Ich war immer sehr gut in Mathe. Sehr gut. Ich glaube, ich habe sogar mein Geo-3-Knochen. Aber so etwas ist natürlich deutlich einfacher. Jetzt möchten Sie hier ganz einfach mal gucken, wie kriege ich das gute Stück jetzt hier von mir aus auf 40 Grad oder auf 45 Grad, weil es in der Anleitung steht. Dann können Sie natürlich jetzt hier ganz einfach mit diesem Gerät durch Verändern des Winkels ganz einfach schauen, wie sieht es denn aus, bis Sie den richtigen Winkel erreicht haben. Das geht jetzt hier mit Gradzahlen. Also wenn Sie jetzt hier 45 Grad oder 57 Grad oder einen anderen Winkel haben möchten, super ablesbar über das entsprechend große Display. Das geht aber auch in Gefälle, also in Prozent. Wenn du sagst, das ist 10 Prozent Gefälle oder 12 Prozent Gefälle, wenn du ein bestimmtes Gefälle erzielen möchtest, ist das ohne weiteres machbar. Das kannst du auch in Millimeter und Meter einstellen, auch in Inch und Fuß. Das werden die wenigsten nutzen. Aber das ist meines Erachtens um ein Vielfaches einfacher als eine stinknormale Wasserwaage oder noch ein oder noch katastrophaler als ein Geo-3-Knochen wie früher aus der Schule. Ich habe mein Geo-3-Knochen nicht. Ja, falls Sie Ihr Geo-3-Knochen nicht geliebt haben und vielleicht auch nicht ganz so gut in Mathe, dann kann ich Ihnen das hier empfehlen. Unseren digitalen Winkelmesser, das ist wirklich hier von Vorteil. Ich bin ganz begeistert. Das geht richtig gut. Auch noch hier mit den verschiedenen Modis, also auch mit Prozentanzeige und so weiter. Top zum TV-Sonderpreis bekommen Sie ja unsere Neuheit. Und auf Platz Nummer 10 bestellen Sie mit der ZX 7324 und der 569. Ja, und auch der nächste Platz ist eine Neuheit hier bei uns und der kommt jetzt. Platz Nummer 9 ist eine Neuheit wie schon erwähnt und das könnte auch manchmal richtig wichtig werden. Ja, wir leben natürlich in einer Welt, wo man den Menschen nur vor den Kopf gucken kann und wo der ein oder andere, der dich vielleicht vorne rum angrinst, hinten rum was völlig anderes im Schilde führt. Und jetzt bin ich ein Stück weit versucht, von einem Agentenfilm zu sprechen. Ja, klar. Wir haben das gute Stück gestern, glaube ich, da warst du, der Experte, das erste Mal vorgestellt. Es geht um einen Spycam- bzw. Wanzenfinder. Klingt wie ein Agentenfilm, oder? Wie so aus den 80er, 90er. Büros durchsuchen, ne? Werden wir hier mitgeschnitten? Büros durchsuchen. Ja, genau, ja, ganz genau. Büros durchsuchen oder mal gucken. Ja, werden wir jetzt abgehört, werden wir kontrolliert, hängt da irgendwo eine Kamera. Ja, und heutzutage sind die Kameras ja nun winzig klein. Kleiner Tipp, auch hier habe ich eine kleine Kamera drin, aber das war jetzt ein bisschen gespoilert, dazu später mehr. Ich kann die Kameras, die vielleicht irgendwo versteckt, ganz klein, in irgendeinem Winkel lauern, in irgendeiner Uhr, in irgendeinem Stofftier oder sonst irgendwas, mit diesem entsprechenden Gerät ganz einfach ausfindig machen. Und das, was so klingt wie in einem Agentenfilm, ist de facto wirklich möglich. Wir haben es getestet. Wir haben ja nun verschiedene Spycams im Programm. So, manch einer möchte ganz einfach auf Nummer sicher gehen. Ich habe gesagt, wir leben in einer Welt, wo man den Menschen nur vor den Kopf gucken kann. Wissen Sie, ob nicht irgendwo in einer Umkleide zum Beispiel, in einem großen Kaufhaus, irgendein Spinner mal auf die Idee gekommen ist und hat da eine Kamera installiert, um den Mädels, auf Deutsch gesagt mal, unter den Rock zu gucken, ja? Es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser Welt. Damit können Sie es kontrollieren, ob eine Wanze in Ihrem oder eine Spycam in Ihrem unmittelbaren Umfeld zu finden ist. Wissen Sie, ob nicht irgendwo im Büro, ja, Stichwort Werksspionage, Informationsspionage, irgendeine Wanze installiert hat, um vielleicht irgendwas an Geheimnissen oder an Forschungsergebnissen auszuspähen? Damit werden Sie die entsprechende Wanze finden und das zuverlässig. Kontrollieren Sie mal in der Umkleidekabine, von mir aus in Ihrem Fitnessstudio, von mir aus bei Ihnen zu Hause, im Bad oder im Schlafzimmer. Es gibt Situationen, da möchten Sie für sich sein, das ist Ihre persönliche Privatsphäre. Da hat keiner eine gefälligste Kamera zu installieren, aber in so einer Welt leben wir nicht. Manchmal kommt es vor und damit kommen Sie einer solchen Kamera oder einer Wanze ganz einfach auf die Schliche. Wie gesagt, klingt wie ein Agentenfilm, aber ich finde es wichtig und gut, dass wir sowas im Programm haben. Ja, unter 50 Euro eine Neuheit. Ich hätte gedacht, sowas kostet 200, 300 Euro, ist riesengroß. Aber das ist wirklich sehr klein und handlich. Funktioniert übrigens mit Akku. Das heißt, Sie brauchen da keine Batterien, keinen Strom dafür. Und das erkennt wirklich Kameras hier anhand von Funksignalen, von WLAN-Signalen, anhand von Videosignalen oder anhand der Infrarot-Kamera-Funktion. Platz Nummer 9 hat die Bestellnummer ZX 73, 27 und die 569. Wir machen sofort weiter, wieder mit etwas smartem, sicherem. Hier ist Platz Nummer 8 für Sie. Ja, es geht um einen Schlüsselsafe. Schlüsselsafe sind so praktisch, wenn man mal einen Schlüssel hinterlassen muss irgendwo. Ob das eine Ferienwohnung ist oder ob es einfach mal für die Putzhilfe ist oder ein Handwerker. Hier ist das jetzt sehr smart möglich. Vor allem ein richtig robustes Teil. Ich mache mal folgendes. Oh, lass den Tisch halten. Also das ist ordentlicher Stahl, ein paar Millimeter stark. Da gehst du nicht mal eben mit dem Dosenöffner oder mal mit einem Schraubendreher oder sowas ran und machst das mal eben auf. Da können, ich sag mal, wichtige Gegenstände wie zum Beispiel ein Schlüssel rein. Man kennt es von Autoverleihern, die natürlich hier auch nicht rund um die Uhr vorhanden sind. Da bekommst du einen Code und kannst dir den Schlüssel dann irgendwo aus so einem Gerät rausnehmen. Wenn Sie sich einen Schlüssel teilen mit mehreren Personen, können Sie den irgendwo unter die Fußmatte legen, wo jeder als erstes sucht. Oder aber Sie bringen das Ganze dann ganz einfach mal in einen Schlüsselsafe rein. Und dieser Schlüsselsafe ist ein smarter Schlüsselsafe. Weißt du, Kerle? Und damit haben Sie unterschiedlichste Möglichkeiten, das gute Stück zu öffnen. Sie können natürlich ganz einfach und ordinär einen Code eingeben. Das machen wir mal ganz kurz. Wir sagen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie innovativ. Zack. Unlock. Wups. Ist der Tresor auf. So weit, so gut. Natürlich können Sie sich eine Zahlenkombination von sechs bis zehn Ziffern überlegen. Viel cooler wird es aber, wenn Sie das Ganze hier im oberen Teil mit Ihrem Fingerabdruck sichern. Das heißt, alles das an Wertgegenständen, an Schlüsseln, was Sie hier reinpacken möchten, wird immer nur dann freigegeben, wenn Sie mit Ihrem Finger kommen. Achtung. Zack. Zack und Bombs. Geht das ganz klar. Ist ja eindeutig so ein Fingerabdruck, ne? Absolut. Gibt es nur einmal, gibt es nur einmal auf der Welt. Wenn Ihnen das alles zu doof ist, Sie können sich keine Zahlen reinmerken oder Sie wollen ganz einfach nicht oder Sie möchten auch keine Fingerabdrücke oder sonst etwas hinterlassen, bekommen Sie auch einen ganz einfachen Transponder von uns. Auch das eine Möglichkeit. Da vorhalten. Schwupp. Und schon ist der Tresor entsprechend auf. Es ist ein Schlüssel-Safe. Ja, so ist er gedacht. Oder das ist die offizielle Bezeichnung. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ich glaube, jeder Haushalt hat so seine ganz persönlichen Schätzchen. Eine schöne Uhr, ein Erbstück von Ihrer Frau Mama, von der Oma oder so was. Oder von mir aus ein paar schöne Ohrringe. Bargeld, Kreditkarten, was auch immer Sie verstecken möchten. Ja, aber Sie wollen sich jetzt nicht gleich wie so Fort Knox da irgendwie so einen großen Tresor zu Hause installieren. Den hier, den können Sie mit drei Schräubchen und drei Dübeln ganz einfach von innen quasi durch das Gehäuse selber irgendwo an der Wand platzieren. Und dann haben Sie beispielsweise mal einen kleinen Safe für kleinere Wertgegenstände. Vielleicht auch mal für ein bisschen Bargeld auch ganz einfach mal zu Hause. Also das wäre für mich noch eine weitere Möglichkeit. Und das Ganze geht natürlich jetzt hier ganz einfach von der Einstellung über das entsprechende Smartphone. Sie können jetzt hier über das Smartphone ganz einfach eine Art Mastercode vergeben. Zum Beispiel für Ihre Familie. Da sagen Sie, die Familie hat das Geburtsdatum vom Vater oder von der Mutter als entsprechende Sicherung. Jeder, der diesen Code kennen kann, also diesen Tresor öffnen. Sie können aber auch ganz einfach zeitlich begrenzte oder auch nur einmal Codes vergeben. Wenn jetzt nächste Woche Dienstag beispielsweise der Handwerker kommt und sagt, du, ich muss da eine Leitung verlegen oder sonst sowas und Sie sind im Büro und sagen, ja gut, da kann ich aber jetzt nicht drauf warten, da bräuchte ich einen Tag Urlaub. Ich möchte aber bitte nur, dass eben nur diese eine betreffende Person für einen begrenzten Zeitraum Zugang zu diesem Schlüssel hat. Dann geben Sie ihm den Code und geben Sie über die entsprechende App ganz einfach hier diesem Schlüssel-Safe die Dauer der Öffnungsmöglichkeit vor. Wenn Sie sagen, wenn Sie wissen, der kommt am kommenden Dienstag immer zwischen 8 und 10 Uhr, dann sagen Sie, okay, zwischen 8 und von mir aus 11 Uhr lässt sich dieser Tresor öffnen. Wenn der bis dann nicht gekommen ist, bleibt das Ding einfach zu und er muss vor der Tür stehen bleiben. All das ist möglich oder Sie haben vergessen von mir aus Ihrem Nachbarn den Schlüssel in die Hand zu drücken und der soll die Katze füttern oder die Blumen gießen. Dann schicken Sie ihm ganz einfach per Nachricht hier den entsprechenden Code. Dann kann er das Schlüsselkästchen öffnen, kommt an den Schlüssel ran und hat damit Zugang zu Ihrer Wohnung. Tolles Ding. Ich finde auch, sagen wir mal, für einen Fahrradkeller zum Beispiel, so einen Gemeinschaftsraum in so einem Mehrfamilienhaus, kann man den Schlüssel einfach hier deponieren und muss eben nicht 20 Schlüssel machen. Wenn einer auszieht, weiß man nicht, wer hier nur einen Schlüssel hat. Sehr, sehr einfach mit diesem Schlüssel-Safe. Ja, bestellen Sie unseren Platz Nummer 8, unsere Neuheit, der smarte Schlüssel-Safe mit der Bestellnummer der ZX-5336 unter 569 zum TV-Sonderpreis von 104,49 Euro. Also da hat man echt viele Möglichkeiten, um das hier aufzumachen, entweder mit dem Zahlencode mit diesem Transponder und natürlich auch hier mit der Handy-App-Funktion. Finde ich richtig klasse, gerade vielleicht auch mal bei Ferienwohnungen, aber natürlich auch beim Eigenheim. Also es hat nur Vorteile. Ja, das war schon der Platz Nummer 8 und wir machen direkt weiter hier in unserer Top-10-Show mit dem nächsten Platz. Das ist der Platz Nummer 7 für Sie. Und hinter dem Platz Nummer 7 versteckt sich eine Kombination und zwar ein Powerstation mit diesem riesengroßen Solarpinel als Kombination und das auch wieder zu einem richtig klasse Preis. Ja, da haben wir zwei verschiedene Preismuster für Sie, aber dazu später mehr, denn Sie haben hier grundsätzlich die Möglichkeit mit dieser, sagen wir es mal wie es ist, mit dieser Photovoltaikanlage, mit Ihrem Solarpanel und dem entsprechenden Stromspeicher auf zwei verschiedene Arten zu bestellen. Nämlich einmal mit 19% Mehrwertsteuer, aber mit 0% Mehrwertsteuer, indem Sie ganz einfach bestimmen, welchen Einsatzbereich Sie denn mit einer solchen Photovoltaikanlage machen möchten. Logischerweise haben wir hier ein großes Solarpanel, 240 Watt, modernste Technik, aber ich glaube das Highlight speziell in dieser Kombination ist einer unserer neuesten Powerstations, einer unserer neuesten Energiekoffer, Energiespeicher. Denn mit diesem Gerät haben Sie zuverlässig bis zu 1200 Watt an Strom zur Verfügung und das in der Summe mit fast 1300 Wattstunden. Also das ist mal Strom satt für überall dort, wo Sie Strom, wo Sie vor allem eine zuverlässige Steckdose brauchen. Das ist die Front des Gerätes, da sehen Sie unter anderem die USB-Anschlüsse, Sie sehen natürlich auch das großzügige Display, was Ihnen ganz klar vermittelt, A, wie viel Strom wird gerade geladen und B, wie viel Strom wird gerade entnommen und C, in der Mitte, in dem blauen Kreis zu sehen, wie lange steht mir der Strom noch zur Verfügung. Wenn ich Ihnen das gute Stück mal rumdrehe, das mache ich mal gerade, dann sehen wir natürlich auch das Herzstück quasi dieser Anlage. Und das sind die zweimal 230 Volt Steckdosen hier hervorragend zu bedienen mit einer gleichen Stromqualität, wie Sie das normalerweise von zu Hause aus der Steckdose erkennen. So weit, so gut. Aber dieses Powerpack, diese Powerstation jetzt hier hat noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Und damit ist sie allen anderen Gerätschaften bei uns im Hause, zumindest was diese Funktion betrifft, dann doch noch mal ein paar Schritte überlegen. Und ich bin sehr froh, dass hier die Entwicklung immer weitergeht. Diese Powerstation hat gleichzeitig eine Notstromfunktion. Das bedeutet, sie steht Ihnen im Falle eines Stromausfalls sofort mit einer nahezu unterbrechungsfreien Geräteversorgung, mit der nahezu unterbrechungsfreien Gerätestromversorgung sofort zur Verfügung. Bedeutet Folgendes, alle Geräte, die Sie hier an diese Powerstation angeschlossen haben, werden zunächst einmal mit ganz normalem Strom von Ihrem Netzanbieter versorgt. Dieser Strom von Ihrem Netzanbieter wird in dieses Gerät hineingespeist und wird quasi durchgeschlauft bis ans andere Ende zu Ihren elektronischen Geräten. Jetzt findet ein Stromausfall statt, seien es mal ein paar Minuten, seien es ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage. Dann springt in dem Moment, wo der Strom ausfällt, dieses Gerät hier ein mit der Notstromfunktion. Und das geht, zack, mit einer Reaktionszeit von 10 Millisekunden. Wir haben das getestet, wir haben das bei unserem Fernseher getestet, ja, ein großer, moderner LCD-Bildschirm, den wir hier haben, den hat das überhaupt nicht gejuckt, der hat überhaupt nicht gemerkt, dass der Strom jetzt eben nicht mehr vom Netzbetreiber kommt, sondern jetzt quasi aus diesem Stromspeicher heraus. Wir haben das getestet mal mit einem, mit einem, wie sagt das so schön, einem Heizlüfter. Ja, da konntest du überhaupt nichts erkennen, auch denen hat das nicht die Bohne gejuckt, weil diese Verzögerungszeit von 10 Millisekunden, diese Reaktionszeit von 10 Millisekunden, in der dieses Gerät umschaltet, vom Netzbetreiberstrom auf den entsprechenden Energiespeicher hier, ist so. Und das ist Ihre Sicherheit, wenn Sie Geräte nahezu unterbrechungsfrei weiterhin mit Strom versorgen wollen, und das bis zu 1200 Grad. Das finde ich großartig. Es nimmt ja erstmal diese erste Panik weg. Ja, na klar. Wenn Stromausfall ist, dann ist ja von jetzt auf gleich, ist das Licht aus, der Fernseher ist aus, der Kühlschrank ist aus, die Heizung ist aus, alles ist aus. Und dann muss man erstmal sehen, wo kriegt man denn jetzt Strom her, wenn man schon eine Powerstation hat oder irgendwas, um sich damit Strom noch selber zu versorgen. Bei dem merken Sie das gar nicht, das flackert vielleicht einmal kurz, Sie denken, oh, Stromausfall, mir doch egal. Ich habe hier meinen Strom-Backup, kann man ja fast schon sagen. Und genau so ist es, deswegen eine Notstromfunktion. Und das Gerät lässt sich natürlich jetzt hier auch in Kombination mit dem Solarpanel auf unterschiedliche Art und Weisen nutzen. Natürlich kommen diese, nennen wir sie mal Energiekoffer, eher so aus dem Bereich des Campings. Wenn man jetzt hier im Campingbereich von mir aus mal eine vernünftige Kochplatte nutzen möchte, aber keine Steckdose zur Verfügung hat, da sieht man alt aus, da kann man sowas hervorragend nutzen. Aber dadurch, dass Sie hier eine vollwertige Photovoltaikanlage haben, durch die Kombination mit dem Solarpanel, wäre vielleicht auch hier ein fester Einbau bei Ihnen zu Hause möglich. Und deswegen haben wir diese zwei Möglichkeiten, mobil oder gewerblich eingesetzt. Bestellen Sie bitte, wie im letzten Jahr auch, auch bei anderen Geräten mit 19% Mehrwertsteuer. Wenn Sie es aber fest zu Hause in Wohngebäuden, Wohnräumen oder in angrenzenden Gebäuden installieren möchten, fest platzieren wollen, dann kommt für Sie auch eine 0% Mehrwertsteuerbestellung in Frage. Und das ist natürlich ein enormer Preisvorteil für ein top modernes Gerät für Sie. Also, wenn Sie es fest installieren wollen, bei sich zu Hause oder in angrenzenden Gebäuden, dann können Sie tatsächlich hier die 0% Mehrwertsteuervariante wählen. Damit haben Sie eine Steckdose, die immer funktioniert, egal ob es Stromausfall ist oder nicht, oder sogar eine Steckdose an Stellen, wo Sie gar keine Steckdose haben. Ich denke da an Gartenhäuser, Garagen und so weiter. Das ist die Kombination hier. Sie kriegen beides, das große Solarpanel und die neueste Powerstation, die wir hier haben, zusammen hier im Paket. Die 0% Mehrwertsteuervariante hat die Bestellnummer MW 1274 und die 569. Wenn Sie das Gerät mobil benutzen wollen, nicht zu Hause, das heißt vielleicht auch in Ferienwohnung, oder gewerblich nutzen wollen, oder vielleicht mal auf dem Campingplatz oder Schrebergarten, dann sollten Sie die 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. Die hat die Bestellnummer ZX3365 und die 569 noch der 2022 Preis. Da haben wir die nämlich bestellt. Das ändert sich sehr bald. Das war unser Platz Nummer 7. Wir machen weiter, bleiben beim Strom hier mit dem Platz Nummer 6. Wir haben unser bisher größtes Powerpack oder Powerstation immer liebevoll Monster-Lag genannt. Wir haben ein ganz neues Powerpack oder Powerstation, das wir jetzt getrost Monster nennen dürfen. Das ist mal ein ausgewachsenes Monster. Da wäre selbst die Adams Family neidisch, wenn sie so etwas sehen würde jetzt hier. Und ich bin vor kurzem beim Metzger mal gefragt worden, als ich Hackfleisch gekauft habe, darf es ein bisschen mehr sein? Ja. Die Frage kennt man. Und die Frage stelle ich Ihnen zu Hause jetzt auch. Darf es denn bei Ihnen zu Hause gerne ein bisschen mehr Strom sein, der Ihnen zuverlässig und vor allen Dingen garantiert zur Verfügung steht? Ich glaube, da würde kein Mensch der Welt Nein sagen, oder? Ich glaube auch. Denn man hat so viele elektronische Geräte, auf die man angewiesen ist. Das ist das Handy. Wäre es ohne Fernseher bei euch beiden? Wäre das eine Alternative? Ohne Heizung? Ohne Heizung nicht. Kein Fernseher, kein Radio, kein Internet, also kein WLAN. Das ist ja schrecklich. Nee? Also. Im Vertrieb sagt man dreimal Ja bedeutet einmal kaufen. Jetzt habe ich dreimal Nein gehört. Da habe ich die richtige Lösung für euch. Vielleicht kommen wir dann ins Geschäft. Unser modernstes Powerpack, unsere modernste Powerstation, unser modernster Energiekoffer, den wir Ihnen natürlich jetzt auch hier mit den entsprechenden Solarpanels anbieten möchten, mit zweimal 150 Watt plus Stromsatt. Und Stromsatt bedeutet hier in Zahlen formuliert bis zu 3600 Watt Dauerbelastung. Das ist ein Stromkreis bei mir zu Hause. Und das ist ein kompletter Stromkreis bei dir zu Hause, bei Ihnen zu Hause, bei euch beiden und auch bei mir. Eine Dimension, die man normalerweise bis vor wenigen Tagen noch nur mit einem klassischen Benzingenerator, mit einem Benzin-Inverter-Generator hinbekommen konnte. Nur so ein Benzingenerator, der steht draußen. Das Gerät hier kannst du ganz einfach mal im Innenraum betreiben. Und natürlich fest installiert oder mobil eingesetzt. Das können nur Sie entscheiden. Dementsprechend entscheiden Sie sich bitte auch in dieser Kombination, bei dieser hochmodernen Photovoltaikanlage mit den beiden Solarpanels und mit dem entsprechenden Energiespeicher, wie Sie es nutzen möchten, und bestellen entsprechend, also auch entweder mobil oder gewerblich genutzt, für die 19% Mehrwertsteuervariante. Oder als zuverlässiger Stromlieferant, als zuverlässiger Stromgarant, vielleicht fest an einer Stelle bei Ihnen zu Hause platziert, mit der 0% Mehrwertsteuer. Denn dieser Kamerad hier kann natürlich nicht nur bis zu 3600 Watt an Strom dauerhaft abgeben. Er kann das bis zu 3248 Wattstunden. Das heißt, viele, viele Stunden steht Ihnen der zuverlässige Strom zur Verfügung. Sie haben nicht nur zweimal 230 Volt Steckanschlüsse, Sie haben hier insgesamt fünfmal 230 Volt. Sie haben aber 14 Anschlüsse insgesamt, auch USB-Hohlstecker, USB-A, USB-C, ist alles dran, was man heutzutage an Steckmöglichkeiten kennt. 14 Anschlüsse gleichzeitig können Sie alle nutzen. Und Sie haben auch hier, wie bei dem Gerät, was wir vorhin schon kennengelernt haben, eine Notstromfunktion für einen nahezu unterbrechungsfreien Gerätebetrieb, für eine nahezu unterbrechungsfreie Stromversorgung all der Geräte, die Sie hier dran angeschlossen haben. Wie funktioniert das? Sie möchten jetzt hier dafür Sorge tragen, dass ein elektronisches Gerät, nennen wir mal exemplarisch mal den Kühlschrank, auch im Falle eines Stromausfalls nahezu unterbrechungsfrei weiterbetrieben wird. Das könnte auch ein Fernseher sein, das könnten auch andere Gerätschaften sein, aber bleiben wir mal beim Beispiel Kühlschrank. Dann wird dieser Kühlschrank jetzt hier ganz einfach an diese Powerstation angeschlossen. Die Powerstation selber wird bei Tageslicht, bei Sonnenlicht über die Solarpanel mit Energie versorgt oder natürlich ganz einfach von dem Strom, der von Ihrem Anbieter zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, der Stecker aus der Steckdose geht jetzt hier in Ihren Stromspeicher und vorne schließen Sie, um bei unserem Beispiel zu bleiben, den Kühlschrank an. Und in dem Moment, wo Sie das tun oder ein paar Stunden später, ist der Stromausfall da. Zack, alle Lichter gehen aus, die Heizung wird kalt, der Fernseher geht aus, es geht gar nichts mehr. Sie sind also zack in der Steinzeit angekommen. Ihrem Kühlschrank ist das egal, denn bei den 10 Millisekunden Reaktionszeit hat er noch nicht mal mitgekriegt, dass Ihr Stromanbieter gerade in dem Moment nicht in der Lage ist, Strom zu liefern, denn mit 10 Millisekunden Verzögerung, und das ist so, übernimmt jetzt hier Ihr Stromspeicher die Versorgung all der Geräte, die Sie hieran angeschlossen haben. Das ist Spitze und das ist Sicherheit pur. Und jetzt haben wir auch hier natürlich bei diesem Gerät, weil wir im letzten Jahr schon bestellt haben und die Lieferung quasi im letzten Jahr schon avisiert wurde, zum einen noch den günstigen Preis aus 2022, zum anderen für den festen Einbau zu Hause oder in angrenzenden Gebäuden, Garage, Carport oder auch gerne mal ein Gartenhäuschen, mit 0% Mehrwertsteuer natürlich, also zwei Preisvorteile, die Sie definitiv nicht verpassen sollten. Und den TV-Sonderpreis. Und den TV-Sonderpreis. Bitte ganz kurz noch mal zum Preis aus 2022. In wenigen Tagen werden wir die Preise anheben müssen. Wenn die Lieferung ausverkauft ist, kommt die nächste und die wird kostspieliger. Transportkosten und Produktionskosten sind gestiegen. Das müssen wir auf die entsprechenden Artikel umlegen. Also noch bekommen Sie den günstigen Preis aus 2022. Und gerade bei dieser fantastischen, richtigen Powerstation ist das genau das, was Sie wahrscheinlich gesucht haben für zu Hause oder für unterwegs. Das ist alles, was Sie hier bekommen. Sie bekommen die riesengroße Powerstation. Sie bekommen die beiden Solarpanel mit je 150 Watt dazu, ganz einfach zusammenzustecken. Da brauchen Sie kein Energietechniker für zu sein. Entweder mit der 0% Mehrwertsteuervariante, mit der Bestellnummer MW1113569 oder mit der 19% Mehrwertsteuervariante, mit der Bestellnummer ZX3407569. Bitte vorbestellen, sichern Sie sich den Platz auf der Liste. Den kann Ihnen keiner wegnehmen. Und Sie sichern sich den TV-Sonderpreis von 2022. Toller Platz Nummer 6. Wir machen weiter mit Platz Nummer 5. Ja, Carsten Mune, wir haben die schon ein paar Mal vorgestellt. Es ist die beste Powerbank, innovativste Powerbank, die wir je gesehen haben. Oh ja. Monika, ich werde mir das Vergnügen der Premiere. Ja. Das ist jetzt zwei, drei Wochen her oder so, als sie neu war. Insofern kann man sie ohne weiteres noch in der Top 10 Neuheiten zeigen. Es ist eine Stromreserve quasi für alle USB-Geräte, die momentan auf dem Markt sind. In der Regel spricht man da ganz gerne mal von den mobilen Endgeräten. Das heißt also ein Handy, ein Tablet-Computer, die ganzen Kopfhörer beispielsweise, die geladen werden müssen. Das ist mal eine Smartwatch, die mit USB-Strom versorgt werden muss. Das ist all das, was mit USB-Strom versorgt werden sollte, was aber dann irgendwann auch mal über einen leergelaufenen Akku verfügt. Das hier ist jetzt Ihre Stromreserve mit 30.000 Milliampere Stunden, wenn der Akku vollgeladen ist. Aber Sie sehen das schon, dieser Akku wird definitiv sehr wahrscheinlich niemals wirklich leer laufen, weil hier ganz einfach die Stromversorgung des Gerätes entweder über einen Netzstecker, also ganz einfach über die Steckdose oder noch viel einfacher und vor allem zum Nulltarif jetzt hier, über das Solarpanel erfolgen kann. Jetzt kommt der blöde Fall, dass dein Handy leer ist und dass es draußen dunkel ist. Und auch die Powerbank ist leer. Wie komme ich jetzt an Strom für mein Smartphone, für meine Kopfhörer, für meine Smartwatch oder für andere USB-Geräte? Ganz einfach, Sie drehen das Ganze um, denn hier haben wir ein Solar-Dynamo-Radio. Das bedeutet, Sie können ganz einfach hier, Monika zeigt es Ihnen gerade mal, mit einer Kurbel wieder dafür sorgen, dass hier entsprechend wieder für Strom gesorgt wird. Das ist Spitzenklasse. So weit, so gut. Ich muss zugeben, das ist die erste Kurbel-Powerbank, die ich hier bei uns im Programm und auch an anderer Stelle wahrgenommen habe. Aber jetzt sind Sie draußen unterwegs. Jetzt haben Sie Ihre Stromreserve mit dabei. Sie haben auch Ihr Handy mit dabei und stellen fest, super, meine Powerbank ist geladen, aber mein Handy ist leer. Jetzt möchte ich dafür sorgen, dass der Akku meines Handys wieder voll ist. Sie greifen in Ihre Tasche und was haben Sie nicht dabei? Das Ladekabel. Das Ladekabel. Mist. Ja, Bombs. Und schon war es das mit dem Thema. Aufladen. Wenn wir hier mal auf die Rückseite gucken, dann stellen wir fest, dass da endlich mal einer mitgedacht hat in der Produktion. Endlich hat sich mal jemand an dieses Problem herangewagt und hat ganz einfach alle momentan gängigen Kabel, Micro-USB, Lightning und auch USB-C, auch ein separater USB-Anschluss nochmal separat und auch im oberen Teil nochmal zwei Anschlüsse, einfach mal in die Powerbank integriert. Das heißt, alles, was Sie brauchen, um mobil mal Ihr Smartphone, Ihr Tablet, Ihre Kopfhörer, Ihre Smartwatch oder andere USB-Geräte mit Strom zu versorgen, ist das Gerät selber und diese entsprechende Powerbank, die Sie entweder mit Solar oder Kurbel wieder aufladen können. Und die Kabel sind hier schon im Gerät integriert. Wir haben Sie das erste Mal gezeigt und ich habe mich unglaublich gefreut. Ich habe Sie eine halbe Stunde vorher ausgepackt und habe gedacht, ja, das ist eine Powerbank. Haben wir schon hunderttausend Mal gezeigt, mal kleiner, mal größer, mal wie auch immer. Aber als ich gesehen habe, dass diese hier die entsprechenden Ladekabel für alle Ihre elektronischen Geräte mit dran hat, habe ich mich dermaßen gefreut und ich glaube, das konnte man bei der Premiere aussehen. Ich finde, es ist die beste Powerbank alleine durch dieses All-Inclusive-Paket, die wir derzeit im Programm haben. Und sie war auch schon einmal ausverkauft. Ich glaube, es hat keine Woche gedauert, dann war unser Bestand weg. Das ist jetzt der nächste Bestand und auch den bekommen Sie noch zum günstigen Preis aus 2022 und sind damit immer mit USB-Strom versorgt, egal ob Tag, Nacht, leer, voll, spielt keine Rolle. Das Ding funktioniert immer. 82,64 Euro für unseren Platz Nummer 5, die Kurbel Dynamo Solar Powerbank mit so viel Kapazität. Und das ist für mich auch wirklich die beste Powerbank, die ich je gesehen habe. Weil man hat immer das Problem, dass das Ladekabel fehlt und hier haben Sie einfach vier Stück mit dabei. Das sind so die gängigsten. Es ist ja wirklich alles integriert ins Gehäuse, da steht auch nichts raus. Die Kabel, die Kurbel ist alles mit drin. Und die beste Powerbank nützt nichts, wenn sie leer ist. Ich weiß, jeder von uns hat mehrere Powerbanks im Auto, im Laptop-Tasche. Hier, die ist nie leer. Ja, kenne ich auch zu Hause. Meine sind alle leer und liegen in einer Schublade. Aber hiermit kann das gar nicht mehr passieren, weil Sie, wie gesagt, einfach das Solarpanel benutzen können. Und da reicht auch Tageslicht einfach schon aus. Oder natürlich auf der Rückseite dann die Kurbel. Und das macht auch einfach richtig Spaß, wenn man selber sieht, wie viel Strom man erzeugen kann. Einfach durchs Kurbeln und dann werden die ganzen Geräte nicht mehr leer. Ist super für die Handtasche, für den Rucksack, vielleicht auch mal für den Urlaub gedacht. Oder wenn Sie vielleicht von unterwegs aus arbeiten wollen. Die Bestellnummer hierfür ist die ZX 7341 und die 569. Und auch der nächste Platz ist ein richtiges Highlight. Habe ich so auch noch nie gesehen. Hier kommt der Platz Nummer 4 für Sie. Unter Platz Nummer 4 verstecken sich wiederaufladbare Batterien. Und wir haben den Platz 2 geteilt. Wir fangen an mit Typ Doppel A. Ja, Typ Doppel A habe ich hier in meiner Hand. Und wir beginnen ganz einfach mal mit einer kleinen Schätzfrage. Monika, das ist uns der gängigsten Batterietypen, die man eigentlich im Haushalt hat. Doppel A und Triple A für LED-Kerzen, für Fernbedienung, für Uhren, für Wecker, für alles, was irgendwie Strom braucht, was mit Batterie betrieben wird. Oder für das meiste zumindest. Was schätzt du, hast du im Jahr 2022 oder wie viele Batterien von diesen Typen, grob mal geschätzt, hast du im letzten Jahr verballert? Einige 20er-Packs. Einige 20er-Packs. Also sehr, sehr viele. Ja. Kannst du in etwa abschätzen, was du dafür ausgegeben hast, was du dafür bezahlt hast? Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, vielleicht 200 Euro oder so. Also bei mir gehen wirklich sehr, sehr viele Batterien durch. Ja, überleicht haben wir es. Allein in der Weihnachtszeit. Ja, genau. Die ist jetzt sehr viel beleuchtet. Ja, ich habe überall Beleuchtung, ja. So, jetzt sind wir natürlich hier an einem Punkt, wo man ganz einfach sagt, mir geht es nicht anders. Ich habe also auch einen ganzen Sack voll Batterien verballert. Für die LED-Lichterketten, für meine LED-Ufos, für dieses, für jenes und so weiter. Und jedes Mal bin ich hin und habe mir einen 10er-Pack, einen 20er-Pack und so weiter von diesen Batterien gekauft. Und drei, vier Tage später muss die wieder laufen und habe mir wieder ein paar neue gekauft. Ist gar nicht notwendig, denn diese Batterien jetzt hier sind wiederaufladbar. Und das ohne, dass man ein spezielles Gerät dafür braucht. Denn das Ladekabel ist hier ganz einfach mit dabei. Das ist ein USB-Anschluss. Das heißt, den packen Sie ganz einfach an das nächstbeste Netzteil oder an Ihren Laptop oder wo auch immer Sie einen USB-Anschluss haben. Und verbinden das Ganze hier entweder mit einer Batterie, so wie ich das gerade gemacht habe. Oder ganz einfach hier mit allen vier Batterien. Alle Batterien, die Sie wieder aufladen möchten, packen Sie hier dran. Jetzt kommt der Grund meiner Frage, die ich gerade an Monika gerichtet habe. Sie haben hier eine Möglichkeit, bis zu 1200 Mal wieder aufzuladen. Alle vier Batterien. Das würde bedeuten, wenn Sie das in Batterien kaufen müssten, vom Typ AA oder AAA, müssten Sie in der Summe rund 4800 Batterien kaufen. Ich habe das mal quergerechnet mit den Preisen, die wir hier bei uns im Programm haben. Das heißt, um diese Lebensdauer dieser Batterien mit ganz normalen, handelsüblichen Wegwerfbatterien quasi oder recycelfähigen Batterien zu übernehmen, müssten Sie rund 2000 Euro ausgeben. Boah, das ist eine Ansage. 4800 Batterien. Und ich möchte wetten, bei 1200 Ladezügnern ist noch lange nicht Feierabend. Das entspricht tatsächlich hier einer Summe, und das sind nur unsere Preise im Einzelhandel oder gar nicht mal mitgerechnet, von ungefähr 1800 bis 2000 Euro. Und das gilt für beide Varianten. Das gilt für die Variante AA, die ich hier in der Hand habe. Gilt aber auch für die Variante AAA. Die kannst du bis zu 1200 Mal wieder aufladen. Ist ein Schätzwert. Ich glaube, das hat noch keiner wirklich ernsthaft getestet. Und auch dafür müsstest du, rund um diese Leistungsdichte zu erreichen, rund 4800 Batterien kaufen. Ich finde das so innovativ, dass wir hier kein Ladegerät brauchen, sondern einfach ein USB-Kabel, was ich direkt in die Batterien reinstecke, in die wieder aufladen. Und einfach diese blöden Ladeteile sind doof. Und vor allem das Geld, was du sparst, wie du das eben vorgerechnet hast, irre. Der Typ AA, das sind vier Batterien mit Ladekabel, hat die Bestellnummer ZX8348569. Und der Typ AAA, auch vier Batterien mit Ladekabel, sehen Sie hier, mit der Bestellnummer ZX8347569 unter 20 Euro, 1200 Mal wieder aufladbar. Und die ganzen Kabel sind alle dabei. Einfacher geht es nicht, Geld zu sparen. Das war unser Platz Nummer vier. Ja, wir kommen zu etwas, was du schon angeteasert hast vorhin. Wir werden gleich mal gucken, wie spät es ist. Hier kommt Platz Nummer drei. Das habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal als Premiere gezeigt. Es ist eine Armbanduhr, aber eine Video-Armbanduhr. Da ist eine kleine Kamera drin, die sehen Sie einfach nicht. Und die ist einfach fantastisch. Reden wir erst mal über die Armbanduhr. Reden wir über die Armbanduhr. Also ich habe das erst mal gesehen, habe ich gedacht, wow, die ist aber schön. Edelstahlgehäuse, richtig klasse gemacht. Man hat eine richtig ordentliche Zwiebel, da ist ein bisschen was dahinter. Nicht ganz so schwer wie eine normale sportliche Uhr. Das liegt aber überwiegend an dem Echtleder-Armband. Ein richtig schönes schwarzes Echtleder-Armband. So ein schönes Kalbsleder schmiegt sich richtig wie eine zweite Haut ans Handgelenk an. Sehr schön gemacht in so einem Kronostyle. Ich zeige es Ihnen mal so ein bisschen rustikaler auf dem Kopf mit den arabischen Ziffern jetzt hier mit sämtlichen Druckelementen. Also alleine als Armbanduhr, können Sie mal hier, schon eine richtig schöne Geschichte, oder? Ja, wunderschön. Edel gemacht, sehr cool, passt zur Jeans, passt zum Anzug. Ist also mal eine richtig schöne Herrenuhr, behaupte ich mal an dieser Stelle. Es gibt ja auch diesen Boyfriend-Style für die Damen. Ja, aber ich glaube, das ist eine Herrenuhr an einem gestandenen Handgelenk. Eine richtig schöne Angelegenheit. Wenn Sie aber hier mal ganz genau hinschauen, auf die 6-Uhr-Position, wenn Sie sagen, was ist denn da? Da ist eine Kamera drin. Das ist eine Video-Armbanduhr. Das heißt, mit dieser Uhr können Sie in Full-HD-Qualität Videos machen, Fotos sogar in 4K-Auflösung, bei ganz normaler Raumbeleuchtung, bei Tageslicht, mit einem Meter Nachtsicht sogar, mit Bild und Ton. Eine so coole, sagen wir ruhig mal, wie es ist, so eine Spycam oder so eine coole Videokamera am Handgelenk, habe ich für meinen Teil noch nie gesehen. So, und jetzt habe ich gerade mal eben Folgendes gemacht. Ich habe die Kollegen ganz einfach mal gefilmt und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe zufälligerweise mal ein entsprechendes Kabel in meiner Tasche und jetzt muss ich mal hier den Knopf abdrehen und werde diese Uhr, die übrigens einen eingebauten Speicher, von, was denn? Das ist ja Wahnsinn. Achso, du bist ja ein Tausend-Sasser-Agent hier. Nee. Pass auf, wir wollen mal gucken. Nimmst du die Mange an? Das ist ja der Hammer, ja klar. Dann schließe ich das Ganze mal an und ich hoffe, dass ich mich nicht vertippt habe, aber normalerweise funktioniert das zuverlässig. Jetzt werde ich diese Uhr, und ich zeige es Ihnen auch gleich, ganz einfach mal mit dem Kabel, durch den eingebauten Speicher habe ich hier 32 GB Speicher zur Verfügung, mit dem Laptop verbinden. Und mal gucken, ob ich jetzt auf das Video komme. Jawohl, das müsste das letzte da unten gewesen sein. Und das hier werden Sie vielleicht wiedererkennen. Ach, das war jetzt hier? Ja, natürlich, das ist jetzt zwei Minuten her, als du von Platz, was war das? Platz Nummer vier auf Platz Nummer drei anmoderiert hast. Das ist ja der Hammer. Ja. So, Monika, das war jetzt hier gerade. So, den habe ich mal ein bisschen abgeschwenkt. Ich weiß, unser Kameramann Konsti ist ein bisschen versierter im Filmen. Das ist Diana. Da kam Diana. Sag mal, die Auflösung ist ja fantastisch. Genial, oder? Und die Farbe. Das ist genial. Guck mal mal weiter hier. Warte, warte, warte. Ich glaube, Diana hinterlässt uns nämlich gleich einen schönen Gruß. Sie hat gleich begriffen, was ich mache. Ja, guck mal hier. Zack. Siehst du? So. Und das bin ich. Herrlich. Ja, so einfach kann das gehen, mal eben schnell ein Video zu machen. Durch ein einfaches Klick mal eben auf ein kleines Knöpfchen einschalten. Nochmal Klick, dann geht das Video los. Nochmal Klick, ist es aus. Und bombs, ist es gespeichert. Das geht mit Bild und Ton. Das geht in Full-HD-Qualität. Das geht mit 32 GB eingebautem Speicher. Und mit einem Akku, mit einer Akkukapazität, die locker mal bis zu 90 Minuten, das sind anderthalb Stunden Filmaufnahme zulässt. Mit einer Kamera, die Sie am Handgelenk tragen. Da wird kein Mensch drauf achten. Bitte, natürlich sind Sie erwachsen genug, um die Bildrechte der Personen zu achten, die Sie damit filmen. Davon gehen wir an dieser Stelle mal aus. Aber bis ich mein Handy rausgeholt habe, wo ist jetzt die Kamera, wie halte ich das jetzt? Und dann fange ich an, tatter ich und so weiter. Habe ich doch hier mal eben kurz auf ein Knöpfchen gedrückt. Da hat man ein cooles Video gemacht. Ist das eine coole Angelegenheit? Spontanaufnahmen, darum geht es hier einfach. Genial, oder? Wenn ich daran denke, wie groß Videokameras früher waren, was das für ein Akt war, da Kassetten reinzutun und was weiß ich alles. Das geht jetzt in Form dieser Uhr und die kostet, der Preis ist unter 70 Euro. Hier ist der absolute Wahnsinn. Ja, 66,49 Euro, Ihr TV-Sonderpreis für unseren Platz Nummer 3, die Video-Armbanduhr. Die bestellen Sie mit der ZX3317 und der 569. Und mich hat das gerade wirklich richtig überrascht, dass du einfach die Knöpfchen abgedreht hast und ein Kabel in deine Uhr gesteckt hast. Das ist der Wahnsinn. Was du zufällig dabei hattest. Ja, ganz zufällig. Ganz zufällig. Ich dachte auch, vielleicht kommt ja die Gelegenheit. Aber guck dir die Uhr mal an. Also jetzt mal unabhängig von dieser Videofunktion, die einfach nur auf Deutsch gesagt geil ist. Die Uhr sieht hammer stark aus. Die hat ein Echtlederarmband, die hat ein Edelstahlgehäuse, schwarzes Ziffernblatt, Krono-Style. Also rein auch optisch eine coole Nummer. Und die Videos, ich glaube, die Qualität überzeugt. Mich hat sie überzeugt. Bestimmt sie auch. Und wir bleiben mal bei dem Thema Uhren. Auch mit dem nächsten Platz, mit dem Platz Nummer 2, sehen wir uns eine Uhr an. Aber hinter dem Platz Nummer 2 versteckt sich nicht irgendeine Uhr, sondern wir haben hier eine Fitness-Smartwatch mit EKG, Blutdruckfunktion und Sauerstoffmessung. Und das ist wirklich hier meine Lieblings-Smartwatch, die wir hier bei Pöll TV haben, weil der Preis ist ja auch wieder richtig klasse. Die ist sehr cool, oder? Die ist richtig cool. Also ich sage sie gleich vorweg, filmen kann die nicht. Das muss sie aber nicht. Dafür hat sie andere Qualitäten, die jetzt wiederum die andere Uhr nicht kann. Das ist ihr persönlicher Motivator fürs Handgelenk, unabhängig davon, dass sie hier ein richtig cooles Smartwatch-Modell ganz einfach zur Verfügung haben. Motivator deswegen, weil sie vielleicht gerade jetzt so zum Jahreswechsel vielleicht mal gute Vorsätze haben, vielleicht ein bisschen fitter werden, dass man vielleicht die Treppe wieder besser hochkommt, vielleicht ein bisschen mehr mit den Kindern toben kann, wenn man sonst immer ein bisschen so schnell aus der Puste kommt. Und wie macht man das ganz einfach, indem man jetzt hier vielleicht mal feste Ziele setzt, indem man ganz einfach mal ein bisschen mehr spazieren geht, vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Sport wieder ausübt, den man ein paar Jahre nicht gemacht hat. Aber egal, was Sie tun, jede Bewegung ist sicherlich gut für den Körper. Das Schöne ist, diese Smartwatch registriert natürlich Ihre Schritte und errechnet daraus Ihren Kalorienverbrauch pro Tag, pro Woche, pro Monat. Was schon mal super ist, dass man hier eine Zahlenlage ganz einfach mal zur Verfügung hat, um zu sehen, was mache ich denn jetzt. Eigentlich lohnt sich das, was ich da eigentlich tue. Viel wichtiger finde ich die sogenannten biometrischen Daten. So die Vitaldaten, Vitalwerte. Das ist zum einen der Puls, also die Herzfrequenz. Ja, hier übrigens auch mit einer EKG-Darstellung, die man sonst eigentlich nur von seinem Hausarzt kennt. Die ist großartig, dass du mir eben gucken kannst, wie sieht es denn eigentlich mit meiner Herzfrequenz aus. Für mich noch viel entscheidender, das Thema Blutdruck. Als kleiner Bluthochdruckpatient habe ich jetzt hier mal eine Möglichkeit, eben kurz zu schauen, wie sieht es mit meinem Blutdruck aus. Blutsauerstoffsättigung wird Ihnen angezeigt, Körpertemperatur wird Ihnen angezeigt, Schlafqualität wird überwacht, all das. Und damit man das Ganze also auch schon sehr, sehr genau und präzise auswerten kann, kann man sich sogar für elf verschiedene Sportarten entscheiden, die man hier ganz einfach einstellen kann. Muss man aber nicht. Die Uhr ist auch so, schon ohne die Sportarteinstellung, hochgradig präzise. Also wenn das nicht schon genug wäre, können Sie mit dieser Smartwatch natürlich auch Ihr Handy fernsteuern. Das heißt, ganz einfach per Bluetooth mit Ihrem Smartphone koppeln. Dann können Sie all die Daten, die Sie hier auf Ihrer Uhr haben, natürlich auch eins zu eins auf Ihr Handy übertragen. Zum Beispiel EKG oder eben auch mal Herzfrequenz und Blutdruck und so weiter. Ganz einfach auch mal in der Langzeitauswertung auf dem Handy speichern lassen, sodass man hier mal sieht, das, was ich mir jetzt vorgenommen habe mit Bewegung und so weiter, vielleicht Ernährungsumstellung oder mal eine andere Gewohnheit über den Tag verteilt, das macht sich vielleicht positiv oder negativ für meinen Körper bemerkbar. Das kann man natürlich dann hervorragend auch ganz einfach mal nachschauen. Und Monika zeigt Ihnen gerade, wie einfach und wie easy Sie mal eben schnell das komplette Layout, das komplette Ziffernblatt Ihrer Uhr getauscht haben. Also da haben wir jetzt gerade nochmal die Oberfläche von dem angerissen, was die Uhr alles kann. Und insofern ist es ein Schmuckstück. Ist unglaublich leicht zu tragen, ist komplett wind- und wetterfest. Also absolut alltagstauglich, kratzfestes Glas, hervorragendes Display, brillant und scharf gemacht. Akku hält sieben Tage. Also wenn das mal keine vernünftige Smartwatch ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, mich fasziniert da ganz einfach diese Funktionsvielfalt, die wir sonst bei keiner unserer Smartwatches haben. Und das Design, also absolut wasserdicht natürlich, ist auch wichtig. Die brauchen Sie den ganzen Tag nicht abzunehmen. Und dann dieses riesengroße Display. Das ist so wichtig, dass man, meine Displays werden immer kleiner. Hier haben wir endlich mal ein großes Display, was man schön und einfach lesen kann hier. Ganz, ganz tolle Uhr ist unser Spitzenmodell unter den Fitness-Smartwatches. Hier auf Platz Nummer 2 bei uns. Mit der Bestellnummer ZX5291 und der 569. Nein, die sieht richtig klasse aus und kostet eben nicht, wie viele andere Smartwatches, die nicht diese riesen Funktionsvielfalt haben, mehrere hundert Euro, sondern gut 110 Euro, 113,99 Euro hier. Der TV-Sonderpreis für unsere Fitness-Smartwatch mit EKG, Blutdruck, Blutsauerstoff und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann die Uhr alles hier mit der Bestellnummer ZX5291 und der 569. Das war unser Platz Nummer 2. Hier sehen wir nochmal, wie schön diese Uhr ist. Aber ich will sie schon mal anteasern. Das war Platz Nummer 2. Nach Platz Nummer 2 kommt natürlich Platz Nummer 1. Und auf Platz Nummer 1 haben wir ein ganz besonderes Produkt, das wir jetzt wirklich erst eine Woche im Programm haben. Das kommt jetzt hier auf die Bühne gleich zu Ihnen. Es ist unglaublich, wir haben es als Titelprodukt auf unserem aktuellen Katalog. Ich habe es selber noch nie gesehen, ich war letzte Woche im Urlaub, aber bin absolut begeistert. Hier kommt Platz Nummer 1. Ja, wie könnte es anders sein? Es ist eine Solaranlage, eine Anlage, die die Energie, die tagsüber entsteht, sammelt und Ihnen zur Verfügung stellt. Das ist Strom, der grün ist, der klimaneutral ist, der CO2-frei ist und das in ordentlicher Menge hier. Einfacher zu installieren geht es auch nicht. Aber Carsten, du wirst uns das gleich mal erklären. Ich glaube, wir haben, als dieser Katalog rauskam, innerhalb von 2, 3 Tagen noch nie so viele Bestellungen entgegennehmen dürfen, wie bei diesem Titelprodukt hier. Natürlich ist das Thema Photovoltaik, ist das Thema Solaranlagen für zu Hause und damit einhergehen, natürlich Strom zum Nulltarif. Seinen eigenen Strom produzieren zu können, für viele unserer Kunden ein riesengroßes Thema, für uns natürlich auch. Ich habe also auch eine Rechnung für den Strom bekommen, da habe ich mich jetzt mal hingesetzt und habe einen Schnaps getrunken, auf Deutsch gesagt. Die Strompreise sind enorm gestiegen und Sie wissen, unabhängig von der Strompreisbremse werden auch Sie wahrscheinlich in den Stromkosten deutlich steigen, im Laufe dieses Jahres, sehr wahrscheinlich sogar im Laufe der nächsten Jahre auch. Und deswegen möchte man sicherlich gerne mal einen Teil davon, oder vielleicht sogar einen Großteil davon, ganz einfach mal mit einer eigenen Photovoltaikanlage abfedern. Jetzt weiß man aber auch, dass Photovoltaikanlagen natürlich irgendwo ihre Tücken haben. Die müssen eingebaut werden, die müssen irgendwie angeschlossen werden. Wie kriege ich jetzt die Photovoltaik, wie kriege ich die Sonnenenergie von der Sonne runter in mein Stromnetz rein, woher weiß der Fernseher das, wie kann ich meinen Kühlschrank oder was jetzt ganz einfach mit Solarenergie betreiben. Ganz einfach. Sie bauen sich eine Solaranlage und das ist der Grund, warum viele Kunden gleich zugegriffen haben, als sie das hier gesehen haben. Sie installieren ihre Photovoltaikanlage zu Hause mit bis zu 405 Watt in der Spitzenleistung. So einfach und so unkompliziert in ihr Stromnetz zu Hause, wie sie das normalerweise nur mit ihrer Kaffeemaschine, ihrem Toaster oder ihrem Mixer in der Küche machen. Alles, was sie tun müssen. Sie bekommen dieses Set von uns nach Hause. Da ist das Solarpanel drin, da ist der entsprechende Inverter mit dabei und alle Anschlussmöglichkeiten für den Anschluss an ihr Hausnetz. Das Solarpanel dorthin, wo sie Platz haben. Später noch ein paar Worte zum Thema Qualität des Solarpanels. Das Solarpanel also dort, wo sie Platz haben, als Balkongeländer auf einen Mauervorsprung, auf die Garage, auf den Carport oder sonst wohin, den Inverter dran dübeln oder ganz einfach hier an die Umrandung vom Solarpanel dran. Und jetzt kommt der Anschluss an ihr Netzwerk zu Hause. Dafür brauchen sie keinen Techniker, dafür brauchen sie kein Ingenieursstudium, dafür brauchen sie keinen Schwiegersohn, keine Nachbarn, keinen Spezialisten, gar nichts. Sie haben eine Steckdose draußen, nutzen sie die und schließen sie ihre eigene Photovoltaikanlage an die nächstbeste Steckdose an. Steckereien. Genauso wie bei der Kaffeemaschine oder beim Toaster oder beim Mixer in ihrer Küche. Und in dem Moment, wo sie das tun, wenn sie alle Kabel mit dem Inverter verbunden haben, fließt der eigene Strom. Wenn morgens die Sonne aufgeht, wenn der Tag anbricht, wird ihr Solarpanel, werden ihre elektronischen Geräte, wird ihr Haus, wird ihre Wohnung mit Solarstrom versorgt bis zum letzten Moment, wo die Sonne wieder untergegangen ist. Und das ganz einfach, indem sie das Solarpanel installieren, den Inverter dranhängen und den Stecker in die Steckdose stecken. Ich behaupte mal, dass das zumutbar ist, bei allem Respekt. Wie gesagt, ich bin also bestimmt kein Photovoltaik-Techniker und ich bin auch kein Elektronikmeister oder sonst irgendwas. Ich bin auch ein Anwender, ich kann ein- und ausschalten. Aber einen Stecker kriege ich zu Hause noch in jede Steckdose rein. Das ist also ohne weiteres noch zumutbar. Sie bekommen von uns das komplette Paket. Und ich behaupte, dass Sie wahrscheinlich auch bei der Installation des Solarpanels noch nicht mal Hilfe brauchen. Vielleicht mal eine zweite Hand oder was, die das Ding mal festhält. Oder wenn Sie es irgendwo hochpacken müssen, vielleicht, ja, das kommt auf knapp 20 Kilo jetzt hier. Aber bitte, alles andere lässt sich ohne weiteres machen. Mal zwei Dübel in die Wand für so einen Inverter kriegt man hin. Und die nächste Steckdose, den Stecker rein, das schaffen Sie natürlich auch. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir bitte noch kurz über das Solarpanel sprechen. Modernste Technik, die wir hier haben, das nennt sich ein Fullscreen-Display sozusagen. Das heißt, wir haben hier keine Rinnen mehr drin oder keinen Rahmen mehr in dem Sinne, wo sich Schmutz oder wo sich Unrat, auch mal Blätter oder vielleicht auch mal Schnee oder sowas verfangen können. Das rutscht alles super ab. Also perfekte Technik, das modernste vom Modernen, was wir hier vor uns liegen haben. Und auch der Inverter, all das ist noch viele Jahre ausgelegt. Und wenn Sie bis zu 405 Watt in der Spitze sparen möchten, bei mir zu Hause wäre das rund 90 Prozent meiner Grundlast zu Hause für die elektronischen Geräte, die ich zu Hause speisen muss. Ob ich da bin oder nicht, die laufen immer weiter. Kühlschrank, Fernseher, Uhren und so weiter, all das muss ich mit Strom versorgen. Das übernimmt in der Zukunft ganz einfach Ihre Steckdosen-Solaranlage. Und nochmal, Solarpanel irgendwo hin, den Inverter irgendwo da dran, entweder an die Wand gedübelt oder hier direkt hinter den Rahmen rein. Sogar die Sträubchen, die Sie brauchen, sind dabei. Und dann gehen Sie zur nächstbesten Steckdose, die mit Ihrem Hausnetzwerk verbunden ist, die Steckdose an der Hausfront, stecken einen Stecker rein und Bombs haben Sie Ihre Photovoltaikanlage installiert. Einfacher, komfortabler und sicherer kann meines Erachtens eine Photovoltaikanlage a. in der Gestaltung nicht mehr sein und b. im Einbau auch nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich auch hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie können einmal mit 19 Prozent Mehrwertsteuer bestellen oder einmal mit 0 Prozent Mehrwertsteuer. Genießen Sie aber, komme was da wolle, definitiv noch den günstigen Preis aus 2022 und machen Sie noch einen Schnapper, indem Sie auch andere Preisgestaltungen auch hier für Sie entdecken. Ja, hier sehen wir die beiden Bestellnummern für die beiden Varianten für unsere neueste Solaranlage, die Sie einfach nur in die Steckdose stecken. Das muss man sich mal vorstellen. In dem Moment, wo ich den Stecker in die Steckdose stecke, nehmen alle Geräte bei mir im Haushalt diesen Strom zuerst und erst dann den Strom vom teuren Energieversorger. Ja, das macht richtig Sinn. Das ist einfach die Solaranlage für jedermann, würde ich sagen. Deshalb auch auf Platz Nummer 1 unserer Neuheiten auf dem aktuellen Katalog finden Sie es auf der Titelseite. Also am besten jetzt direkt zum Hörer greifen und bestellen. Ja, und das war es auch schon mit unserer Top 10 Show der ganzen Neuheiten. Wir hatten so viele interessante Sachen dabei. Jetzt sind Sie gefragt, gehen Sie ganz schnell ans Telefon und bestellen sich Ihr Lieblingsprodukt. Dann wünsche ich mir ganz viel Spaß damit.